Nein, nicht rennen, das ist die falsche Option. Hast du dir nichts gelernt? Und Scheiße! Waaah! Okay, machen wir. Pass. Okay, wahrscheinlich wen. Sind die da hinten? Oh mein Gott, das ist ein Turb! Aaaaaah! Was? 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 Nein! Was ist passiert? Aua, explodieren, Bomben, Granaten... Äh... Alles, gleich! Deshalb... Hoppala! Hahaha! Oh mein Gott, da ist noch ein Panzer! Leute, ihr müsst auch die Forscher holen! Es bringt nichts, wenn wir die ganze Zeit nur kämpfen! Aaaaaaau! Ich höre nur Schreie von meinen Kollegen! Sie haben so Schmerzen! Das waren 6... Oh mein Gott! Ich mach dich kaputt! Okay, das kriegen wir eigentlich kaputt. Nicht schon wieder! Endlich! Was? Ach du Scheiße! Heute sucht uns das Drama ein! Kipperscheiren! Was? Oh oh! Laufen, 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 laufen! Ja, wird... Lauf, 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 lauf! Also, nicht ganz laufen! Also, immer so... Okay, das war mein! Das war mein... Echt ein sexy Ding! Auf jeden Fall! Das war die Rache! Föhn gerade eben! Da machen wir die Patrouille fertig! Ich weiß ja nicht, ob wir schon mal Raketen starten! Föhn gerade eben! Und hier hat so eben Phönix uns alle in den Tod gerissen! Ja... Gegner! Hintaus! Oh, da ist noch dieses Auge da! Hintaus! Ich hab die Helmbaube gerufen! Wir können nicht rennen! Das ist ein... Warum sind das 3? Hintaus! Wir müssen das Ding kaputt machen! Jemand muss hier helfen! Aber aktivieren Gott verdammt! rückzug rückzug ist das unser ziel wo du bist du hast du bist ja die vollform falsche richtung gelaufen also das auge von sauren dann kann eigentlich ihre lauft schon wieder in die falsche richtung und abwurf die haben uns gesehen vielleicht noch auf das war jetzt weg was ist hier los alter ich stimme da ist ein zweiter turm achten kacke heimlich mal die letzte spritze hat mich getroffen das aber die hellenbombe ist doch nicht in der nähe des turms da passiert nichts ja das ist gerade schon passiert phoenix was ganz einfach mountain jay ist einfach unfähig ich kümmere mich drum der ich kümmere mich drum ich kümmere mich drum was 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 deine frau sicher zurückbringen die häufigste todesursache bist du welchen stein granate übrigens es ist ja nicht so dass ich was gesagt habe ich entschuldige mich dafür dass ich die freiheit auch zu euch gemacht habe ich habe gerade abgeschossen ließ nicht gewohnt soll man schon wieder freunde akum das war nicht geplant ja mittlerweile kann man das schon sagen bei mir ja ich habe gerade den nerfzwerke killte ist mir vor in die schrottflinte gerannt wollte auch mal wissen wie das ist nicht so zu fühlen wie du weißt ja und schon ganz lustig tatsächlich hier siehst du es ist schon eine kleine suche adler lauf mal kurz zurück was ist wenn sie so behandelt werden vor gericht zählt das nicht ach so das zählt nicht dieser moment wenn man einfach die freude hat und dann überrumpelt wird von der eigenen nicht vorhandenen da und sonst noch ich bin der beste tank oder leute ich bin mir gerade so gut am außen ablenken was solltet ihr von so einem monitor die leute die lassen mich dinge tun ich nicht will heißt dass ich bin eine prostituierte ohne will wenn ihr jetzt denkt was war das denn ich habe nur meiner freundin gefunden wie ich sie wie hier immer winke ihre augen waren doppelt so groß wie meine ich hab nichts mehr cyber achtung adler kann ich den nauk kapitel achtung zwei wobei es gut ist um ein treu bomben adler von vorn irgendwer von euch gekillt wird okay erwischt alle außer die wir jetzt noch kommt vorsicht daneben die landeslächse ich hab's gesehen guck mal wie das geht man sagt vorher bescheid ja und dann stirbt der kamerad auch nicht aber aber ich war mittendrin als du schon gelegt hast das war eine lüge die die seht ihr auch gerade die amadeus auf seinem rennen klavier spielen das ist nett ja 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 Petrol-Ski. Hörst du ein Saft? Storgesstück. Ich glaube so. So passt es. Wäre ruhig noch größer. Das klingt irgendwie. Das klingt irgendwie falsch. Natürlich ist ein Fettsack da. Nee, der ist gleich tot. Was? Was? Nein! Warum? Welche andere Psycher dann halt, ne? Oh. Was ist das? Sieht schön aus. Es ist nicht schön. Ja. Okay. Oha! Das muss ich jetzt einfach tun. Okay. Okay, jetzt kriege ich doch ein bisschen Panic. Bring dich einfach runter. Rufen wir dich wieder. Bring dich runter. Rufen wir dich. Rufen wir dich. Rufen wir dich. Rufen wir dich. Warte mal, das war voll doof. Das war so dumm. Warum habe ich auf dich gehört, Phoenix? Oho. 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 Sie haben auf dem langen Weg zur Freiheit ein weiteres Etappenziel erreicht. Ja. Das klingt so besser. Ich hab gesagt, da sind Landmin. Das sind Landmin. Ich hab doch gesagt, da sind Landmin. Da ist trotzdem kein Wacken. Wacken. Mein Gott, du siehst das doch. Mein Gott, was ist hier für ein Team. Also, ich bewege mich jetzt Richtung Evakuierungspunkt und hoffe, dass dort irgendwo ein Wacken ist noch ist, weil... Ich hasse Blitz-Missionen, hab ich das schon mal gesagt. Alter, wie sind die so viele... Oh, Mann, nein. Ja, Rufen, 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 Rufen. Ich rufe... Ja, okay. Mein Arsch, mein Arsch. Oh nein. Was? Ich fühl mich nicht... Woher... Ah, du packst schon. Geschafft schon. Nein, ich darf gut. Munition, alle! Genau die gleiche Uhrzeit zur letzten Endzeiten. Die gleiche Uhrzeit zur letzten Endzeiten. Nico, du bist da noch so eine letzte Aufnahme! Und jetzt drücken! Was? Laufschlampe, lau... do iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllll Oh mein Gott! Oh, die waren sowas schon um 180 Grad am schlackern, ey. Die sind wirklich invertiert, ey. Drei Bombe. Ja, war klar. Hallo? Oh!